hallo und ein recht herzliches willkommen auf meinem kanal hier ist der maximus begrüßt euch zu einer weiteren folge euro trax im lanter 2 hier auf der promoz 2.20 noch in der beta und ja guckt mal wo ich hier bin ich bin in irland deswegen habe ich auch diese passende lackierung genommen und wir gehen gleich auf die karte in wexwort sind wir um die werden ich habe mich dafür entschieden eine landstraße zu fahren eigentlich wollte ich von hier drüben irgendwo fahren aber ich dachte mir autobahn ist ein bisschen langweilig kommen wir fahren landstraße hier schön entlang und werden in dublin ja nur 183 kilometer werden wir fahren schön mit mercedes new mercedes und ja ich lade euch quasi heute das erste mal mit auf der tour irland ein ich hoffe es gefällt euch weil der maximus ja ab freitag im urlaub ist deswegen werden wir heute mal ein richtig schönes special irland tour machen ja ich sitze auf der falschen seite aber edeltraut wollte einfach nicht weg von ihrem platz des weiteren bei dem lkw ist das problem wenn ich das lenker auf die andere seite machen ist das lenkrad weg ich kann zwar das verschieben nicht wahr muss ich du brauchst mich angucken es ist alles korrekt wir werden versuchen trotzdem hier gut zu starten und so wie es dann quasi bei euch ankommt werden wir vielleicht irland noch öfters besuchen so wir haben ganz ehrlich ich muss mich erst mal daran gewöhnen dass ich auf der falschen seite fahrer jungen ja ist das herrlich so wir müssen jetzt versuchen rumzukommen da vorne kommt er ich halte lieber an oder ich bin mir nicht ganz so sicher ja über 50 tonnen haben wir heute hier eigentlich hätte ich eine andere lkw nehmen müssen aber es gab nur diese fracht jetzt und deswegen habe ich wenigstens oben noch das blaulicht äh naja nicht blaulicht die rundum leuchte aber 50 tonnen das schafft er guckt euch an wie ich hier banane machen aus sonder erlaubnis von der irischen regierung hat bekommen ja das läuft alles und wir werden jetzt bei der außenkamera sind auf immer die häuser weg wie gesagt es ist alles noch eine beta version die ich hier gerade teste und das bedeutet dass natürlich der eine oder andere kleine fehler da ist aber wenn ich das hier für euch so ein bisschen abteste gerade neue regionen dann haben wir vielleicht das glück dass der ein oder andere kleine fehler nicht da ist so wir fahren wir hier in den kreisverkehr ich muss wirklich sagen derjenige der für irland zuständig ist der hat wahrscheinlich auch england so unter seine fittiche könnte mir vorstellen aber es wirkt sehr sehr hübsch so gleich diese typischen englischen häuser ne so rüber ach herrlich schön und ich habe auch gleich hier ein bisschen die irischen sachen hier rein gemacht und wir werden auch ab und zu mal nach außen schalten um hier das alles so ein bisschen zu betrachten die lackierung das ist natürlich ein dlc und wenn ich schon alle dlcs habe dann kann ich auch gerade hier mal so eine kleine tour hier mit der lackierung machen wir gucken aufs navi wir sehen wir haben ein bisschen wellig die straße naja sieht gut aus gefällt mir alle fahren auf die falsche seite ne maximus hoch wir müssen immer mal ein bisschen rüber gucken ich will auch nicht so lang grasen ich weiß jetzt gar nicht so 80 dürfte ich fahren aber ich ganz ehrlich 80 werde ich hier nicht fahren erst mal weil ich hier ein bisschen schwere ladung unterwegs habe und wie spät ist denn das 17 uhr dann geht es ja in die dunkelheit aber da haben wir wenigstens schön schönes licht heute und wir fahren jetzt in die nächste kleine siedlung rein und ich muss aufpassen muss aufpassen ich muss ich mal an ist das nicht herrlich so wie man englern sich vorstellt mit so einer wir fahren mal hier rüber weil ich muss ja rüber mit so einer schönen schönen dings wie muss mich hier durch ach herrlich ich bin jetzt ich bin einfach durch die kann es sein dass sie irgendwie noch eine alternativstrecke ist wartet mal freunde wartet mal freunde da werden wir mal wartet mal freunde wir werden mal hier schnell warmblick anlage an machen und noch mal schauen wir sind jetzt gerade hier verursachen erst mal einen übelsten stau und ja hier oben in die stadt geht es natürlich nicht rein aber guckt euch an das ist cool aus ich komme auch nirgendwo anders rein ich hätte hier lang fahren können einmal im kreisverkehr und hier wahrscheinlich wieder raus und maximus verursacht erst mal wieder einen ordentlichen stau wird warmblick anlage aus ich fahre doch los ja ja meine freunde ja ja der kommt nicht von hier der maximus ja alles hedelstrau du hast keine angst haben du bist bei mir sicher ist das schön es kommt so richtig schön rüber hier dieses irland ihres land und der lkw hat auf jeden fall ordentlich zu tun obwohl es gar nicht so viele kilometer sind das so wir müssen mal schauen wir müssen mal schauen da der wagen der wagen der wagen der wagen ja habt ihr nicht gesehen so so jetzt richtung dablehen schön landstraße hier überall die kleinen gehöfte und wie man das halt auch so kennt mit den kleinen hecken hier überall das kennt man ja auch so aus ja aus england diese immer kleinen verwinkelten auch sehr schön so ein bisschen aufpassen das lkw 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 der fährt rüber der blinken der bmw fahrer der lässt mich gut alles klar der wende mich hier rüber nach gori naja na klar so ich glaube ich muss so fahren da oder ist das so richtig nee ist falsch ne ich muss hier so rüber mensch das kinder ach hör auf das irritiert so meine güte ich bin irre und fahr durch irland geil einfach nur herrlich bis jetzt noch keinen großen fehler jetzt irgendwie auf ersten blicke sehen ja dass das haus in der außenansicht ja das pille palle so wir machen mal tempomad 73 ich höre motorrad ach hier mit so einer zwieback siegel ne hier einfach mal schub rakete geben wollte schon sagen wir können auch 1g 80 fahren aber der schafft es irgendwie nicht so richtig der fährt gemütlich und mal gang raus so jetzt beschleunige mal ein bisschen mit deinem tempomad ja ja mach da will noch nicht zu schnell fahren wir wollen ja auch ein bisschen was mitkriegen hier von dieser schönen gegend also ihr könnt ja mal reinschreiben wer von euch war schon mal in irland wir werden auch natürlich mal nach nordirland fahren dann nach england mal rüber das kann man alles machen vielleicht denn mal so ein livestream komplett durch england mal cruisen hier ist der adac ausflugstour wahrscheinlich mit den ganzen alten rentnern die immer ihre beiträge zahlen und dann geht es halt mal nach england ja bei mir muss ich ja wirklich sagen auch im normalen verlauf vom euro truck simulator ist bei mir ja england doch ein bisschen zu kurz oh 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 schwerer unfall schwerer unfall schwerer unfall habt ihr gesehen schwerer unfall hier auf der autobahn gleich unfall und das was man nicht machen soll ist natürlich glotzen und abbremsen wenn unfall ist dann sofort waren blick anlage und rettungsgasse bilden ja ich muss wirklich sagen das letzte mal wo ich ja die fahrzeuge haben so ihre leichten probleme hier aber das bringt ein bisschen freude ins spiel ja wie gesagt das letzte mal wo ich auf da 13 oder ploppen einfach einfach ja hier ein paar autos auf komisch so was macht der hier egal da hat wirklich keine rettungsgasse gebildet hier ist irgendwas voll entstarrte dänemark mann 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 hier 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 müssen wir öfters fahren da gibt es bestimmt mal einen richtigen unfall hier meine güte ey du siehst auch nichts ja ja prügel vorbei du siehst auch nicht wenn hier ein auto so lang fährt das ist halt das problem weil ich auf der falschen seite sitze ich müsste jetzt quasi die ganze zeit so gucken um ein bisschen zu sehen wenn da ein fahrzeug kommt man muss da sehr sehr und die polizei ja ihr müsst mal gucken was eure leute hier machen in irland gibt's doch ja nicht so ach das wird schon irgendwie klappen hier wahrscheinlich wird dieser bereich ein bisschen problematisch sein und wir fahren komplett hier durch ein städtchen ohne geschwindigkeitsbegrenzung hier laufen die leute lang okay die sind sehr mutig hier und ja die ganzen autobahnen sind natürlich so abgesichert mit diesem beton weil ne hat natürlich den einen vorteil gerade jetzt dafür muss ich jetzt hier runter ne wie noch nicht siehst du zum glück war hier diese dieses zeichen dass ähm ja lkws nicht so schnell durchbrechen können wir halten doch ein bisschen mehr würde ich jetzt fast meinen wie diese ganz normalen bleche hier wie die hier und sie schützen auch vor diesen ekligen lichten manchmal ne wenn autos von vorne kommen ne so bin ich auf der richtigen fahrbar ne ich muss hier rüber ach das irritiert ey ich weiß gar nicht wie ich das nächste mal wieder normal fahren soll ach heimini ja auch weil ich jetzt auch nicht das richtige cockpit habe ne so wie viel glück mit da haben wir noch 25 dann sind wir am ziel eine schöne strecke ey wirklich eine schöne strecke himmelarsch und zürn ich muss bremsen so wir haben ein bisschen so schauen dass ich hier ohne probleme hier rauf kann zum glück habe ich auch so einen trailer der so ein bisschen mitlenkend ist ne so herrlich ich wollte unbedingt diese mercedes lkw ihr wisst ja dass ich jetzt momentan äh aufnehme dann nehme ich zwei videos gleich mit dem gleichen lkw auf in der zeit wo ich im urlaub bin und also ihr werdet diesen mercedes auf jeden fall noch mal sehen aber auf deutschen straßen ja werdet ihr diesen lkw sehen äh glaube war das a38 fähig langfahren und ja müde wird er auch und somit ähm ja weil jetzt wirklich ein bisschen zeitverzug ist wegen der ganzen urlaubsvorbereitung und 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 ich habe ja schon etliche videos für den urlaub so aufgenommen ne aber was erzähle ich da viele haben es ja mitbekommen dass der maximus im urlaub geht dass er sich erlaubt mal in urlaub zu gehen so da vorne ist das ziel langsam geht die sonne unter das ist natürlich schön weil es super wirkt hier bei diesem lkw so ach verdammt da läuft er wieder da können wir auch rüberfahren jetzt das ist eh egal der sonne entgegen ja wenn jetzt wieder die fragen gekommen sind wo finde ich den lkw im steam workshop so hier ist bus ja überall bauen die leute von der promoz auch bus haltestelle ein werden wir irgendwann mal busse sehen ach schön ja 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 arbeitsagentur brauchen wir nicht wir haben arbeit tankstelle schön verwinkelt alles hier stehen die autos rum das finde ich ja auch immer herrlich da muss man sich ein bisschen vorsichtiger fahren nicht dass man hier die autos irgendwie anrammelt also bei der nächsten tour muss ich mich echt wieder ein bisschen konzentrieren nein 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 da gab es einen ruckler und dann bin ich wieder über die ampel fahren ja wie gesagt ähm in den innstädten ist das nun mal wirklich so wenn viele fahrzeuge auf geringen raum oder wenig raum hier unterwegs sind dass es dazu ja mal eine kleine ruckler geben kann ist natürlich klar die ganzen gebäude müssen geladen werden und 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 jetzt muss ich erstmal fahren ja Barcelona ist ja auch so ein heißes pflaster soll ich wieder anhalten hier sind vorzeitig bremsen ach toll ja weiterfahren können so wir sind hier in england äh irland was hören die wahrscheinlich nicht gerne wenn ich sage england ei 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 er gibt es vor allem da die backen Volvo Händler entdeckt das ist schön so wir werden jetzt gleich Augen zu und durch ah verdammt ja man muss wirklich sagen Dublin ordentlich groß gemacht und ihr könnt ja mal sagen habt ihr irgendwelche besonderheiten hier in Dublin äh gesehen irgendwelche Gebäude oder sonst was für Sachen dann ab in die Kommentare hier ist eigentlich nur die Buslinie dann muss ich quasi hier lang fahren aber die anderen fahren auch auf der Buslinie also kann ich hier hochfahren wenn die anderen das falsch machen dann macht das der Maximus als recht falsch ne so wir müssen aufpassen wir müssen sowieso hier rüber und da muss natürlich wieder ein Auto kommen ey das ist doch zum Mäuse melken hau ab so oh die Polizei ei 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 die hat die hat gesehen ich komme nicht von hier und dann müssen wir da vorne wieder rum ei 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 jetzt ist noch die Volkspolizei hier vor uns ei wenn wir die hinten rein fahren dann gibt es bestimmt Ärger oh was haben die denn für ein Auto mhm so wir fahren jetzt mal rum schön gemütlich von vorne kommt keiner und dann kacheln wir rum aber ich bin zum Glück kaum auf der falschen Seite gefahren ne so schön schön ja die machen ganz schön Banane die Jungs und Mädels ach ich hätte gar nicht gedacht dass wir so lange unterwegs sind hier auf der Tour ei 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 oder Edeltraut oh Edeltraut oh Edeltraut der Mann auf den Schädel haut so hier ist jetzt unser boah na 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 ich wollte schon sagen es kann natürlich auch ein Auto liegen oh guck mal hier die ganzen Gebäude an ah typisch ne also sehen möchte ich es schon aber wohnen möchte ich es nicht ich glaube die sind da noch äh von manchen gehört die waren da in England äh äh diesbezüglich und die haben dann gesagt manchmal sieht es da aus ja da fragt man sich dass die dass die schon Bäder und Klos überhaupt im Haus haben nicht nach draußen irgendwo hin gingen müssen naja wir sind übertrieben so aber wartet mal ganz kurz ich habe hier gefragt wie ihr denn Irland findet also Dublin und ich gehe jetzt mal hier raus und gehe mal in diesen Modus und ihr könnt ja mal sagen ähm wie ihr ob ihr da irgendwas wieder erkennt könntet ich kann ja jetzt mal die Karte nochmal aufmachen von Dublin ja das ist eigentlich also ich kann ja jetzt nichts also ich habe da jetzt auch keine Ahnung von Dublin das ist ja eine andere Sache so aber zurück zum Lkw ich habe mir das nicht gezeigt so aber jetzt ist wirklich Feierabend ich hoffe ihr hattet Spaß dass wir hier so eine schöne Tour durch Irland gemacht haben und mit den Worten macht der Maximus einen Fisch haut rein bis zum nächsten Mal bye bye